Übrigens, dass ich mit dieser Erlaubnis zünden darf, die Kugelbomber Raketen mit 75 pro Gramm, nicht ungedingt hier am 200, die Zink 909, weiße Blinte. Das war eine F3-Rakete, weiße Blinker, Zink 909. Die gibt es natürlich mit verschiedenen Effekten. Wir haben jetzt heute mal die weißen Blinker gewählt zum Vergleich.